Hoffnung gibt es nun für Schlaganfallpatienten, die an einer Gangstörung leiden. Jetzt dazu mehr im Video. Viel Spaß! Es handelt sich um eine neue Studie an der Neurologischen Klinik und Polyklinik des Uniklinikums Würzburg, die nun hoffen lässt, dass durch die elektrische Stimulation einer bestimmten Mittelhirnregion die Gangstörungen von Schlaganfallpatienten gebessert werden können. Aktuellen Zahlen zufolge sind es etwa ein Drittel der Überlebenden eines Schlaganfalls, die kaum oder gar nicht mehr richtig gehen können. Hierzu äußert sich nun Professor Jens Volkmann, der Direktor der Neurologischen Klinik und Polyklinik des Uniklinikums Würzburg. Er sagt, für diese chronischen Gangstörungen gibt es bisher keine wirklich wirksamen medikamentösen Behandlungsmöglichkeiten und auch die Erfolge von übenden Therapien sind sehr beschränkt. Dr. Felix Fluri, Oberarzt der Neurologischen Klinik des UKW, ist positiv gestimmt. Das mesencephale-lokomotorische Zentrum ist schon länger als Koordinationszentrum des Gens bekannt. Wir vermuten, dass die elektrische Reizung die mesencephale-lokomotionsregion von störenden Signalen aus übergeordneten Hirnregionen abschirmt. Dadurch wird das Mittelhirn wieder in die Lage versetzt, das Gehen über nachgeordnete Rückenmarkzentren normal zu kontrollieren und zu steuern. Um das Ganze etwas einfacher zu verstehen, heißt das, sobald ein elektrischer Reiz verfügbar ist, kann dieser sich positiv auf die Gehfähigkeit auswirken. Das Ganze ist jedoch zeitlich streng an die elektrischen Reizungen gebunden. In Tierversuchen konnten positive Ergebnisse erzielt werden. Hierzu Dr. Fluri. Das funktioniert wie mit einem Schalter. Strom an, die Ratten können sich normal bewegen, Strom aus, die Ratten haben massive motorische Einschränkungen. Die Hoffnung ist nun, dass die tiefe Hirnstimulation auch auf den Schlaganfall adaptierbar ist. Diese Arbeit könnte von unmittelbarer Relevanz für Schlaganfallpatienten sein, freut sich Prof. Volkmann und fährt fort. Mit der tiefen Hirnstimulation verfügen wir bereits über ein zugelassenes Verfahren, das in anderen Hirnregionen und bei anderen Erkrankungen, wie zum Beispiel der Parkinson-Krankheit, sehr gute Erfolge erzielt. Vor diesem Hintergrund streben wir eine klinische Prüfung der Übertragbarkeit des Verfahrens auf geeignete Schlaganfallpatienten in naher Zukunft an. Für Betroffene wäre es ein großartiger Erfolg, wenn durch die elektrische Stimulation die Gangstörung von Schlaganfallpatienten gebessert werden kann. Teile das Video gerne mit deinem Bekannten, lasse uns einen Like da, wenn es dir gefallen hat und wir würden uns freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest oder auf www.neodoc.de für weitere Videos vorbeischaust. Alles Gute für dich! Ich bin jetzt auf die Welt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020